Applaus Ja, guten Abend. Können Sie mich verstehen? Ich glaube ja. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und für Ihr Interesse und auch für den netten Empfang. Dem DAI für die Einladung und Herrn Köllhofer für die nette Einführung. Thema Angst, Angst und Herrschaft. Angst passt irgendwie zum Wetter heute Abend. Und wenn eine kleine Gruppe von Menschen über eine große Gruppe von Menschen Macht ausüben will, braucht sie irgendwie besondere Machttechniken, Machtinstrumente. Und schon David Hume, der große Philosoph, wies darauf hin, dass ja eigentlich die physische Gewalt bei der Mehrheit ansonsten läge. Diese Machtinstrumente, die sie braucht, die können materiell sein, die können ideologisch, psychologisch sein. Eines der wichtigsten Instrumente zur Machtausübung ist die systematische Erzeugung von Angst. Das ist natürlich eine uralte Einsicht, die die gesamte Zivilisationsgeschichte durchzieht. Und insofern tragen wir auch jetzt mit dem Thema hier eine gewisse Last sozusagen. Die gebündelten Einsichten, die sich in der Ideengeschichte dazu angesammelt haben, spiegeln sich darin wider. Das heißt, man kann diesem Thema eigentlich nicht gerecht werden. Ich möchte Ihnen nur ein paar Perspektiven vielleicht öffnen, die man auf das Thema haben kann. Und vielleicht Ihre Neugierde wecken, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Man hatte das bereits in der Antike thematisiert. Einer der großen griechischen Historiker, Polybius, neben Thucydides, stellte fest, die Masse ist launisch, voller unvernünftiger Leidenschaften und unbändiger Wut. Sie muss daher im Zaum gehalten werden durch diffuse Angst- und Schreckensbilder. Angst war also sehr früh erkannt als eine der wichtigsten Machttechniken, Techniken der Machtausübung. Und die, die Macht ausüben, hätten eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder müssten sie Angst erleiden oder sie müssten Angst erzeugen. Das war auch schon in der Antike die Alternative für die Machtausübenden, Angst erzeugen oder Angst erleiden. Nun ist Herrschaft, unterscheidet sich ja von bloßer Macht darin, darin, dass die Herrschenden für ihre Machtausübung eine Art Legitimation beanspruchen. Historisch bezog man sich bei diesen Legitimationsversuchen von Macht darauf, dass sie entweder sich auf die Abstammung bezogen, wie im Feudalismus oder im Adel, auf Reichtum oder auf tradierte, faktische Machtverhältnisse, wie sie zu der jeweiligen Zeit eben vorgelegen haben. Diese Versuche, Herrschaft über andere zu rechtfertigen mit diesen Herrschaftsansprüchen aus Geld, aus Abstammung und so weiter, führte, wie wir wissen, in der Geschichte zu, in der Zivilisationsgeschichte, zu gewaltigen Blutspuren, sodass man versucht hat, die Exzesse der Macht irgendwie einzuhegen. Und die ganze Zivilisationsgeschichte ist eigentlich ein Bemühen darum, wie kann man die Exzesse der Macht einhegen. Und grundlegend dafür ist dann das in der Zeit der Aufklärung gewonnene egalitäre Prinzip, dass der Starke nicht mehr Recht oder andere Rechte haben darf als der Schwache und dass der Starke nicht einfach über den Schwachen herrschen darf. Das führte dann zur Idee der Demokratie. Die Idee der Demokratie war gerade damit verbunden, dass man den inneren Frieden, den gesellschaftlichen Frieden, aber auch den Frieden zwischen den Völkern, den äußeren Frieden damit sichern wollte. Demokratie beruht nun auf der Leitidee der mündigen Bürger. Eine systematische Angsterzeugung würde aber grundlegend diese Leitidee unterminieren und die Möglichkeit mündiger Bürger blockieren. Das heißt, Demokratie geht immer auch mit dem Versprechen einher, die Menschen von gesellschaftlichen Ängsten in bestmöglicher Weise zu befreien. Wir starten also eigentlich bereits mit einem Spannungsfeld, wenn wir eine systematische Angsterzeugung mit Demokratie in Verbindung bringen, denn Demokratie kann und darf nicht mit einer systematischen Angsterzeugung zusammenhängen. Das würde die Idee der Demokratie selbst unterminieren und ihr die Grundlage entziehen. Das ist also ein Spannungsverhältnis, mit dem wir zu tun haben und wir werden sehen, wie hat sich dieses Spannungsverhältnis entwickelt und es hat sich insbesondere seit den 70er Jahren mit dem Aufkommen des Neoniberalismus, das ist der zweite Teil im Titel, massiv zu Ungunsten der Demokratie verschoben. Doch beginnen wir am Anfang. Angst. Angst ist ja einer der Grundaffekte unseres psychischen Lebens und hat einen besonderen Stellenwert daran, dass sie sowohl auf der subjektiven Erlebensebene, ist also ein Empfindungsattribut, das in gewisser Weise eine besondere Wucht in unserem subjektiven Erleben hat, aber das auch eine besondere Vielfalt von Folgen im Gefüge unseres psychischen Gesamtsystems hat. Angst ist also nicht nur von der Art des Erlebens ein besonderes Attribut, sondern auch von den unglaublich vielfältigen, komplexen Konsequenzen, die das Angsthaben in unserer Psyche entfaltet. Schauen wir uns an, was sich da an Interessantem zu sagen lässt, zu dieser Kategorie der Angst. Angst ist in jedem Fall eine Verunsicherung des Gefühlslebens und man unterscheidet, und man muss sagen behelfsmäßig, wir sollten dieser Unterscheidung nicht zu viel, aber sie ist sinnvoll als erster Orientierungsrahmen, unterscheidet man traditionell eine unmittelbare Angst, die durch bestimmte Ereignisse hervorgerufen wird, wenn ein Grizzlybär vor ihnen steht. Das ist eine Form von Angst, die man auch häufig als Furcht bezeichnet, und hier sehen Sie die terminologischen Probleme, die damit verbunden sind, genau zu beschreiben, um welche Art von Phänomenen geht es. Und es gibt eine andere Form von Angst, das ist eine, sagen wir mal, in der Seele herrschende, bange Erwartung. Zukunftsangst, diffuse Ängste, Ängste, die kein ganz konkretes Objekt haben, das hat den Nachteil, wenn sie kein konkretes Objekt haben, kann ich mich mit diesem konkreten Objekt auch nicht auseinandersetzen, und ich kann nicht, wie beim Grizzlybär, einfach zur Seite treten und sagen, ich verschwinde einfach oder ich halte die Augen zu, dann ist er weg. Die diffuse Ängste haben also einen ganz anderen Charakter als die konkrete Angst oder die Furcht. Diese Unterscheidung geht schon bis in die Antike zurück. Man hatte entsprechende Unterscheidung schon im Griechischen, auch im Lateinischen. Das war sozusagen eine der ersten Versuche zu kategorisieren, welche Arten von Angst gibt es. Interessant ist noch beim Wortgebrauch, dass im Griechischen diese konkrete Angst, die Furcht, Phobos heißt, daher kommt unser Wort Phobie, Phobos im Griechischen heißt aber Flucht. Nur bei konkreter Angst können sie fliehen, vor dem Grizzlybär können sie fliehen. Das heißt, die Griechen meinen eigentlich mit Phobos, mit Phobie die konkrete Angst. Heute heißt es in unserem Sprachgebrauch, Phobien sind eigentlich die diffusen Ängste, die bange Erwartung in der Seele. Also da hat sich das Wort genau auf diesem Kontinuum verschoben. Was unterscheidet die Reaktionen? Die konkrete Angst, die auf ein Objekt bezogen ist, da haben wir die Möglichkeit, eine Aktivierung und einer auf den Auslöser bezogenen, adäquaten Handlung, zum Beispiel Flucht. Bei der diffusen Angst breitet sich der Effekt dieser Angst kaum kontrollierbar in der Gesamtarchitektur des Psychischen. Deswegen habe ich da so viele Pfeile dran gemacht. Das kann in alle möglichen Richtungen gehen. Diese diffuse Angst muss intrapsychisch, die stellt eine enorme psychische Energie dar. Da sich diese psychische Energie nicht auf ein Objekt richten kann, richtet sie sich auf alle möglichen anderen Teilkomponenten unseres Geistes und ist kaum vorhersagbar, was sie da alles anrichten kann. Da können Ersatzhandlungen rausresultieren, eine Fetischbildung, da kann eine vollständige Lähmung rausresultieren. Alles Mögliche. Deswegen gibt es dieses Kontinuum, in dem, was Angst darstellt, die Realangst. Deswegen habe ich das dargestellt mit diesem Pfeil nach außen. Die ist nach außen gewandt. Die hat ein Objekt. Und die Binnenangst oder wie Freud es noch nannte, die neurotische Angst. Die neurotische Angst hat gar kein Objekt mehr, die kreist sozusagen in sich selbst. Für als Herrschaftstechnik eignen sich besonders gut neurotische Ängste. Die lassen sich besonders gut für Machtzwecke funktionalisieren, weil das Individuum diesen Ängsten viel hilfloser ausgesetzt ist. Es gibt kein Objekt mehr, wo ich konkret, an dem ich sozusagen objektgerichtet die Angst überwinden kann. Die neurotische Angst ist die eigentlich interessante Angst für Herrschaftszwecke. Und deswegen hat man auch relativ schnell erkannt, dass der Witz von Angsterzeugung für Herrschaftszwecke gerade darin liegt, Realängste der Bevölkerung, also Ängste, die sich auf konkrete Objekte richten, zu transformieren in neurotische Ängste. Man muss sozusagen Außenfurcht in Binnenangst verwandeln. Das ist der Witz von Angst als Herrschaftsinstrument. Und derjenige, der das am prägnantesten festgestellt hat, ist der große Politologe Franz Neumann. In der Tat ist einer der Väter des Faches, der Begründer des Faches der Politologie. Und die klassische Arbeit dazu, wo Sie viel von dem Grundsätzlichen finden, was ich heute Abend anspreche, ist die Arbeit Angst und Politik von 1954. Zielpolitische Angsterzeugung ist immer Realängste in neurotische Ängste zu transformieren. Und man muss sagen, ein solcher systematischer Transformationsprozess ist psychisch infam. Weil er Ängste, wo wir eine Chance haben, sie zu bewältigen, weil sie objektbezogen sind, in Ängste transformiert, wo wir keine Chance mehr haben, sie zu bewältigen oder eine sehr viel geringere Chance, sie zu bewältigen. So, und wir müssen uns ansehen, wie funktioniert dieses Transformationsinstrument sozusagen an konkreten Beispielen. Demokratie hieß ja immer politische Selbstbestimmung und die Bindung aller Staatsapparate an das demokratisch gesetzte Recht. Souveränität der Selbstgesetzgebung heißt, das Recht wird vom Volk oder seinen ihm strikt verantwortlichen Vertretern gesetzt. Und die Exekutive und alle Staatsapparate sind an dieses Recht gebunden. Das heißt, die Idee der Demokratie war immer möglichst eine größtmögliche Freiheit von gesellschaftlicher Angst. Das ist sozusagen das demokratische Versprechen. Demokratie kann nur funktionieren, wenn die Bevölkerung eine möglichst weitgehende Freiheit von gesellschaftlicher Angst wir haben genug mit existenziellen Ängsten noch zu kämpfen und mit allen möglichen Lebensängsten, aber eine größtmögliche Freiheit von gesellschaftlicher Angst. Freiheit von Angst gehört zu den Grundbausteinen rechtsstaatlicher Freiheit, sagt hier ein Verfassungsrechtler, ein Bekannter. Jetzt haben wir aber ein Problem. Demokratie ist ja also was ganz Tolles. Denn niemand von uns will dem Willen eines anderen unterworfen sein. Die Neigung zur Freiheit gehört zur menschlichen Disposition, zur Beschaffenheit unseres Geistes. Demokratie verspricht uns also sowohl politische Selbstbestimmung, inneren und äußeren Frieden, das ist die Kant'sche Schrift zum ewigen Frieden, die genau diesen Punkt entwickelt, und sie verspricht auch größtmögliche Freiheit von gesellschaftlicher Angst. Demokratie ist also von unten betrachtet etwas ausgesprochen Erstrebenswertes. Diese Perspektive ändert sich, wenn man Demokratie von oben betrachtet, von denen, die die Macht ausüben und haben. weil für diejenigen, die die Macht haben, es keine radikalere Einhegung von Macht gibt, als der in der Aufklärung gewonnene Demokratie Gedanke. Das war der Witz der Aufklärung. Man wollte die Blutspuren der Geschichte, die Ursachen erkennen und sah die Ursachen in Exzessen der Macht und wollte jetzt zivilisatorische Sicherheitsbalken gegen Exzesse der Macht einziehen. Das war die Idee der Demokratie. Weil Demokratie aber gerade bedeutet, dass es die radikalste Einhegung von Macht ist, die wir kennen und damit den Macht Ausübenden eines ihrer wichtigsten Macht Ausübungs Instrumente entzieht, nämlich die Angst. Kann man sich vorstellen, dass die Begeisterung der Macht Ausübenden über die Demokratie sich in Grenzen hält? Das war in der Tat geschichtlich immer der Fall. Demokratie wurde zu keiner Zeit von den jeweils Herrschenden als wünschenswert angesehen. Deswegen haben wir jetzt ein anderes Spannungsfeld. Wie kommt es dann, dass seit dem Mitte des 19. Jahrhunderts Demokratie als einzig legitimierte Herrschaftsform gilt? Da muss noch etwas anderes passiert sein. Hier ist jedenfalls erstmal ein Spannungsfeld, was es zu klären gilt. Zurück zur Angst. Wie kann man neurotische Angst erzeugen? Einmal durch konkrete Einfluss, durch konkrete Bedrohungsszenarien. Alle konkreten Ereignisse, die tatsächlich als Bedrohungsszenarien wahrgenommen werden können, sind potenzielle Möglichkeiten zur Erzeugung von Angst. Das ist, weil es da Objekte gibt, wo man sagen kann, die erzeugen die Angst, relativ leicht zu sehen. Schwieriger wird es bei den anderen Auslöse- und Einflussfaktoren, die Angst erzeugen. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele, strukturelle Faktoren, die ebenfalls eine lange angsterzeugende Wirkung auslösen können. Soziale Verunsicherung über den eigenen Status Quo, kann ich meinen eigenen Status Quo halten? Abstiegsängste, Gefühle von Kontrollverlust und Undurchschaubarkeit der gesellschaftlichen Welt. Viele von uns haben heute das Gefühl, die gesellschaftliche Welt ist gar nicht mehr durchschaubar. Man kann sie gar nicht mehr kontrollieren. Ich bin ihr einfach ausgesetzt, so wie sie kommt. Das erzeugt natürlich Angst. Der Verlust des geschützten Privaten, Überwachung, auch der Verlust des Privaten in digitalen Medien, die psychische Fragmentierung, Identitätsverlust, zu einigen Punkten komme ich später nochmal drauf, die soziale Atomisierung, wir haben soziale Bindungen verloren, die uns Halt geben und die damit immer auch angstreduzierend wirken. Die Einbettung in natürliche soziale Strukturen ist sozusagen das natürliche Gegenmittel gegen die Entstehung von Binnenängsten, Zukunftssorgen, Bedrohung durch die unglaublichen Flexibilitätsanforderungen, die die Gesellschaft heute an den Einzelnen stellt und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von strukturellen Faktoren, die dazu beitragen, dass neurotische Ängste entstehen und diese neurotischen Ängste dann entsprechend genutzt werden können. Als Resultat aus diesen Dingen entsteht häufig etwas wie ein Gefühl der Ohnmacht und zwar genau dann, wenn diejenigen, die diese Art der Angsterzeugung unterworfen sind, das Gefühl haben, in ihrer Bewältigung der Angst haben sie überhaupt keine Adressaten mehr in der Politik, sie können machen, was sie wollen, es gibt keine Adressaten mehr, die ansprechbar sind, wo sie sagen, davon verspreche ich mir Änderungen. Das ist die Situation, die wir heute haben, wir haben ein ganz weit verbreitetes Gefühl der Ohnmacht in der Bevölkerung, was sicherlich auch sich darin widerspiegelt, dass das Bild des gefesselten Lammes eine solche psychische Resonanz offensichtlich auslöst. Wie kann man jetzt Angst erzeugen? Die Techniken kennen Sie alle aus der Politik, das ist unser Alltag, aus der Zeitungslektüre, hier haben Sie einen der folgenschwersten Angstauslöse Momente der jüngeren Geschichte. Hier sehen Sie ganz klar dieses Röhrchen, was eine Katastrophe, man erschrickt sofort, wenn Sie das Röhrchen sehen, das sind Massenvernichtungswaffen und die Demonstration dieses Röhrchens reichte, um Länder in Schutt und Asche zu legen und mit Millionen Toten als Konsequenz. Das ist ein besonders dramatisches und weil es sozusagen fast ikonisch sich in diesem Bild widerspiegelt, bekanntes Beispiel. Der renommierte amerikanische Politologe John Mirschheimer sagte dazu, das Erzeugen von Angst hat eine wichtige Rolle in der USA Außenpolitik über die letzten 70 Jahre gespielt. Wenn das eine so wichtige Rolle gespielt hat, warum gehen wir dem nicht nach, um daraus zu lernen, wie können wir uns gegen diese Art von Manipulationsversuchen wehren, dass wir nicht in dieser Angst sozusagen direkt erstarren und damit wieder zum Werkzeug einer Macht Sicherung werden. Eine andere Möglichkeit oder damit zusammenhängend auch, ist etwas, was man schon sehr früh thematisiert hat in der Literatur. Harold Laswell war einer der Väter der Kommunikationsforschung und hat viele Beiträge, Bücher auch, zu dem, was man damals noch offen Propaganda nannte. Heute spricht man lieber von Public Relation oder von Soft Power. Er sagt, der Witz von jeder Art von politischer Propaganda und das heißt, wenn man die Gehirne der Menschen beherrschen will, dann braucht man immer ein Feindbild. Es darf also, schreibt er, keinen Zweifel darüber geben, auf wen sich der Hass der Öffentlichkeit zu richten hat. Man muss die psychische Energie der Menschen, die entsteht durch systematische Angsterzeugung, durch alles Mögliche, die muss man umwenden. Es entsteht jetzt durch die Binnenangst, durch die neurotische Angst, eine ganz starke psychische Energie. Die größte Gefahr für die Macht Ausübenden ist, dass sich diese psychische Energie gegen sie richtet. Darüber war man sich sehr bewusst, das wurde sehr explizit diskutiert, auch damals schon. Wie kann man verhindern, dass die durch die systematische Angsterzeugung entstandene psychische Energie sich gegen die Zentren der Macht selber richtet? Man muss Ablenkziele vorgeben und ausarbeiten, sodass die Bevölkerung sich ihre psychische Energie gegen Ablenkziele richtet, auf die sie dann einen so großen Hass hat, dass sie gar nicht mehr mitkriegt, welche Art von Pervertierung der Angst in dieser Weise erfolgt. Beispiele finden Sie satt, das kann außenpolitisch sein, das kann außenpolitisch sein, das kann aber auch innenpolitisch sein. Hier haben Sie von 1991 ein Bild, Ansturm der Armen. Da wird Angst erzeugt, weil der Einzelne das Gefühl hat, ich kann da gar nichts gegen machen und er muss jetzt mit dieser psychischen Energie, die in ihm wirkt, umgehen. Also je größer die Spannung zwischen Machteliten und Bevölkerung sind, umso wichtiger ist es, Wut und Empörung auf interne oder externe Ablenkziele zu richten, damit sie sich nicht gegen die tatsächlichen Ziele der Macht richtet. Dazu hat man auch sehr systematisch mit großer Unterstützung der Sozialwissenschaften und meiner Disziplin der Psychologie Techniken entwickelt. Jetzt schauen wir uns an, was kann denn alles passieren, wenn neurotische Angst in einem Menschen systematisch erzeugt wird. Ich gebe Ihnen nur ein paar Stichworte, um diese Pfeile deutlich zu machen, was das psychisch alles im Gesamtgefüge unserer Psyche anrichten kann. Das eine ist, die Person richtet es gar nicht mehr nach außen, sondern verarbeitet diese neurotischen Ängste rein intern, wenn Sie so wollen, richtet sich die Aggression jetzt nicht mehr auf einen vermeintlichen äußeren Aggressor, sondern gegen die eigene Person. Das äußert sich dann in Depression, psychosomatischen Reaktionen und so weiter. Das heißt, die Person richtet die psychische Energie, die durch Binnenangst, neurotische Angst entstanden ist, gegen sich selbst. Das ist aus Sicht der Machtausübenden durchaus wünschenswert, weil sich eine solche Person nicht mehr um Politik kümmert. Also Gefühl der Hilflosigkeit, innere Unruhe ausagieren, Verschiebung, Aggression, da kann alles passieren, Suchtverhalten. Das kann eine Fülle, ein Riesenspektrum von Konsequenzen haben, die damit zusammenhängen. Und wenn Sie sich ansehen, wie die Depression in der Bevölkerung und auch Suchtverhalten gestiegen ist über die letzten 40, 50 Jahre, dann finden Sie, dass sich das auch in diesen Zahlen widerspiegelt. Angst führt immer zu einer Status Quo Neigung, die wir sowieso haben. Wir neigen von Natur aus Teil der Beschaffenheit unseres Geistes, neigen wir dazu, den Status Quo allen anderen Zuständen vorzuziehen, auch wenn sie objektiv besser sind. Wir lieben den Status Quo, hat einen ganz einfachen Grund. Wir sind an den Status Quo gewöhnt, der ist für uns berechenbar. Der hat für uns eine gewisse Übersicht, eine gewisse Vertrautheit. Wir wissen, was im Status Quo passieren kann. Alles andere, selbst wenn es objektiv vielleicht besser ist, führt immer auch zu einer Verunsicherung. Wenn Sie Ängste erhöhen, wird in der Bevölkerung massiv die Status Quo Neigung erhöht. Gesellschaftliche Apathie war von Anfang an in der Demokratietheorie der Machteliten eines, habe ich in anderen Vorträgen auch im Buch, eines der wichtigsten Ziele. Demokratie, sagen wichtige Politologen und politische Philosophen, Demokratie kann nur funktionieren, wenn wir schaffen, den Großteil der Bevölkerung in die politische Apathie zu kriegen. Korrespondierend geht das Interesse am Anderen runter. Empathie, Solidarität werden reduziert unter Angst. Autoritäre Neigung und Sehnsüchte auf einen mächtigen, schützenden Führer steigen. Eine Dämonisierung der Anderen, die Neigung, den Anderen zu dämonisieren. Wir suchen in unserer Not der psychischen Verarbeitung dieser inneren Energie, suchen wir möglichst in Personalkategorien einen Verantwortlichen. und der einfachste Trick, kennen Sie aus dem Leben, verantwortlich ist, da neigen wir zu, immer der Andere. Unter großer Angst neigen wir dazu, den Anderen zu dämonisieren, den Fremden, den äußeren Feind. Und deswegen ist eine der Konsequenzen von großer Binnenangst eine Erhöhung der Neigung zum Rassismus. Das hat für die Machtausübenden den Vorteil, dass sie nun die Angst doppelt nutzen können. Die erste Nutzung war Angst durch die Erzeugung von Binnenangst, psychische Energie von den eigentlichen Zentren der Macht abzulenken. Der zweite Nutzen, den man hat, wenn man durch die Erzeugung von Binnenangst die Neigung zum Rassismus erhöht, dass man jetzt den Rassismus nutzen kann, um ihn wieder als Drohgebilde an die Wand zu malen und zu sagen, wenn ihr uns nicht wählt oder wenn ihr uns nicht folgt, dann entsteht ja Rassismus. Das ist wieder ein infamer Trick, weil der Rassismus genau auf diese Weise überhaupt erst erzeugt worden ist und jetzt ein zweites Mal als Drohmittel genutzt wird. Also da ist eine ziemlich komplexe Funktionslogik dieser Dinge. Diese Sachen erzeugen dann auch gleichzeitig in uns natürlich Deutungsmuster für gesellschaftliche Konflikte, die den jeweils Machtausübenden willkommen sind, weil sie wieder den Blick von den Zentren der Macht wegrichten auf andere. Wir kriegen Deutungsmuster. Ach so, die gesellschaftliche Krise, die wir gerade durchleben, sind die anderen. Also es werden bestimmte Deutungsmuster induziert, indem man vorher entsprechende Ängste aufgebaut hat. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Angst hat die Deutschen gepackt. Angst vor den Fremden, Angst um den Arbeitsplatz und vor hohen Mieten, Angst vor Inflation und Rezession, Angst auch vor und so weiter. Das liest sich eigentlich wie ein Beispiel, aktuelles Beispiel aus der Tagespresse. Es stammt de facto aber von 1992, wo wir diesen Zyklus bereits schon einmal hatten. Und interessant ist heute, dass uns die Auseinandersetzung mit dem, was damals passiert ist, eigentlich schon wieder aus dem gesellschaftlichen, kollektiven Gedächtnis entflutscht ist. Sonst hätten wir heute mehr Möglichkeiten, uns mit dem, was aktuell passiert, auseinanderzusetzen. Wir sind bereits durch diese Zyklen durchgelaufen. Wenn wir über Rassismus sprechen, als Konsequenz der Angsterzeugung, dann muss man sich auch klar machen, das ist ein ganz wichtiger grundsätzlicher Punkt, dass die Funktion von Rassismus nie die Abwehr von Fremden war, sondern die Funktion von Rassismus ist, die Kategorie des Fremden als kategoriale Gruppe überhaupt erst zu konstituieren. Der Rassismus erzeugt erst die Kategorie des Anderen. Das ist ein ganz wichtiger, etwas schwieriger Punkt. Auch der ist wichtig, sich bei diesem Thema immer wieder klarzumachen. Das Thema ist noch viel älter. Das durchzieht eigentlich alle westlichen kapitalistischen Länder. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel von 1882 aus den USA. Da hatten wir eine große Einwanderungswelle, zum Teil gewollte Einwanderungswelle aus China, aus den asiatischen Ländern. Und hier sehen Sie eine damals sehr verbreitete Karikatur, die diesen Rassismus geschürt hat. Was sollen wir mit unseren Jungs machen? Die Schlitzaugen, oder man sprach offen noch damals, die Ratten nehmen uns die Arbeit weg. Damit wir auch das richtig einordnen können, was da passiert mit dieser Angsterzeugung, im Grunde Erzeugung von Rassismus über Angsterzeugung, ist ein weiterer grundsätzlicher Punkt ganz wichtig. Die permanente Erzeugung von Rassismus ist historisch ganz tief in unserer Gesellschaft verankert. Der Kolonialismus war natürlich ein zutiefst rassistisches Programm. Der westliche Kapitalismus erzeugt strukturell rassistische Mechanismen von Ausgrenzung. Ein konstanter bezüglich der Grenzziehung, aber einigermaßen flexibler Rassismus. Der ist sehr subtil. Der hat nicht immer einen Aufkleber, ich bin Rassismus. Das ist ein Zitat von Immanuel Wallerstein, der, wissen vielleicht einige, da mit die tiefgehendsten Analysen zu gemacht hat. Also die mit jeder Form von Rassismus einhergehende Zuschreibung unveränderlicher Eigenschaften zu Gruppen dient der Verfestigung und Stabilisierung von Ausbeutungsverhältnissen. Der globalisierte Kapitalismus kann nur rassistisch sein, weil er eine extreme Ungleichheit rechtfertigen muss. Mit einem egalitären Prinzip, wie ich es vorhin genannt hatte, auf dem Demokratie basiert, mit einem egalitären Prinzip können Sie die extremen Ausbeutungsverhältnisse, die heute global herrschen, nicht rechtfertigen. Der Rassismus, der Kapitalismus, der globalisierte insbesondere, ist seiner Natur nach zutiefst rassistisch. Und da gebe ich Ihnen die Literatur zu, weil das sicherlich einige erst mal verdauen und vielleicht nachlesen müssen, um diesen Punkt tiefer zu verstehen. Wenn Sie in die alten, in die Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gehen, dann sehen Sie, wie dieser Rassismus massiv explizit geschürt worden ist. In den Adjektiven, die mit Menschengruppen aus verschiedenen Ländern verbunden wurden und so weiter. Und Sie sehen gleichzeitig, das ist ja hier interessant, in demselben Spiegel, wie die neoliberale Propaganda zur gleichen Zeit sich entfaltete. Denn was Sie hier sehen, ist der gefräßige Sozialstaat, Der gefräßige Sozialstaat frisst uns das Geld vom Kopf weg, den müssen wir abschaffen, indem wir die Steuern senken und den Sozialstaat austrocknen. Diese Entwicklungen sind zur gleichen Zeit. Und hier sehen Sie nur noch mal als Erinnerung die entsprechenden Titelbilder, seien es Zigeuner, Arme, vor allen Dingen aus Afrika, ein Rassismus, der durch die gesamte Massenpresse schwappte. Und ich gebe Ihnen hier Beispiele, falls Sie sich nicht mehr daran erinnern, wie ausdrücklich das war. Flüchtlinge sammeln sich an den Grenzen Europas, die wurden sozusagen als wie eine Armee geschildert und man braucht an den Grenzen Soldaten, um diesen Angriff von Flüchtlingen abzuwehren. Man bediente sich entweder einer militaristischen Sprache oder einer Sprache der Naturkatastrophe. Hier schwappt etwas über uns, was uns die Vernichtung bringen kann. Eine Asylantenschwämme, Schmarotzer, durch die uns der Untergang drohe und so weiter. Björn Engholm sagte, Asylanten werden zu einer Existenzfrage für die Bundesrepublik. Die Asylantenflut stoppen. Man hatte extra das Wort, das ist ja eine Neuschöpfung, das Wort Asylant. Das ist wie Simulant. Deutsche Wörter, die auf Ant-N neigen dazu, bestimmte Verächtlichmachungen auch zu haben. Das Wort Asylant war eine Wortschöpfung, die ausdrücklich zu dieser rassistische Funktion verkörperte. Und kurze Zeit später, nachdem von den Parteien, von den sogenannten Volksparteien, dieser Rassismus geschürt worden war, hatten wir in den verschiedenen Stellen die gewaltsamen Progrome gegen Asylbewerber, an die sich vielleicht der eine oder andere erinnert. Also, hier wurde Angsterzeugung, es wurde bewusst in Kauf genommen, dass das den Rassismus steigen lässt, eine systematische Angsterzeugung, der Rassismus steigt. Zu der Zeit gab es auch am rechten Rand eine Partei, das waren die Republikaner, die Volksparteien suchten, die sozusagen abzugrasen und in diesem Bereich über diese rassistischen Dinge zu wildern. Wie ist das heute? Vordergründig ist das Thema Rassismus nicht mehr so ganz, scheint nicht mehr, aber wie gesagt, vordergründig wie damals. Heute wird Macht dadurch stabilisiert, dass die Bevölkerung von oben zu einem Kampf gegen X aufgerufen wird. Sie alle stehen in einem permanenten Kampf gegen X. Das spielt eigentlich keine Rolle. Hauptsache, sie sind diesem Kampf ergeben und lassen nicht nach, darin X zu bekämpfen. Was ist X? Nun, das ändert sich natürlich mit der Zeit. X war der Kampf gegen den Terror. Wir alle sind verpflichtet, den Kampf gegen den Terror zu führen. Und dazu muss man auch, wie Cheney sagte, die zivilisatorischen Samthandschuhe mal ausziehen. Da gehört eben auch mal ein bisschen Folter zu, weil es ja für ein heeres Ziel ist. Kampf gegen Disinformation und Feindpropaganda, das ist ganz aktuell. Kampf gegen Fake News, auch ganz aktuell. Kampf gegen Hate Speech, Kampf gegen Rechtspopulismus, Kampf gegen X. Das Interessante ist daran, dass eigentlich nie so richtig klar ist, wo fängt denn dieses X an und wo endet das? Wo fängt der Terrorismus an? Und wo endet er? Und wie unterscheidet sich unser Terrorismus vom Terrorismus der anderen? Das heißt, all diese X, die Sie hier haben, sind eigentlich nur ausdrücklich mit dem Ziel einer angstsystematischen Angsterzeugung in der Bevölkerung geschaffen worden. von anderen Dingen, die dienen dazu abzulenken, von anderen Dingen, die in der Öffentlichkeit Empörung auslösen könnten. Die gigantische soziale Ungleichheit, die hier herrscht, sagt man, das ist jetzt wirklich eine nachrangige Sorge. Wir müssen erstmal den Kampf gegen X, gegen Fake News, gegen Desinformation führen und dann kann man auch nochmal gucken, wie war das mit Ungleichheit. Das sind alles nachgeordnete Dinge. Dann natürlich der Durchsetzung politischer Entscheidungen, die demokratisch nicht durchsetzbar wären. Fast alle Steuersenkungen und fast alle Dinge, die in der Wirtschaftspolitik, die Bankenrettung für Milliarden, wäre in der Bevölkerung nicht demokratisch durchsetzbar gewesen. Also braucht man zur Ablenkung einen Kampf gegen X, mit dem man die Bevölkerung ablenken kann. Insbesondere auch eine Ablenkung von der gigantischen Umverteilung, die in den letzten 50 Jahren, die Zahlen kennen Sie wahrscheinlich alle, die gigantische Umverteilung von unten nach oben, der letzten 50, 60 Jahre, Militarisierung, Sicherheitsindustrie und so weiter. Schauen wir uns, nur damit wir, wir wollen ja jetzt nicht diese Beispiele durchgehen, aber was mir wichtig ist, die Denkmethodologie. Wie geht man an sowas ran, wenn Sie mit einer solchen Nachricht in der Presse konfrontiert sind, sind, dass ein Politiker sagt, wir alle müssen uns verpflichten zum Kampf gegen X. Und wenn das von oben verordnet wird, wozu wir uns alle verpflichten müssen, dann müssten eigentlich schon die Alarmglocken angehen. Wer will mich hier eigentlich mit welchem Zweck zu was verpflichten? Also, es geht mehr um die Denkmethodologie, deswegen gehe ich mal ein Beispiel durch. Kampf gegen den Terror. Brzynski, einer der großen strategischen Vordenker, Realpolitiker, sozusagen gnadenloser Realpolitiker, aber ein brillanter Analytiker, schreibt, der Kampf gegen den Terror hat eine Kultur, der Angst erzeugt in den USA. Das ist ganz trocken, das war eine Strategie, einer ist ein Beispiel für eine Strategie der systematischen Angsterzeugung. Und er sagt, der Ausdruck ist völlig bedeutungslos, das Wort bedeutet nichts. Das Wort Kampf gegen den Terror bedeutet nichts. Er definiert weder einen geografischen Kontext noch einen unserer vermeintlichen Feinde. Der Terrorismus ist kein Feind, sondern eine Technik der Kriegsführung. Und sagt dann, die Unbestimmtheit, das ist gerade das Erfolgsrezept, Angst ist diffus. Beim Grizzlybären kann ich sagen, das ist ein Grizzlybär. Aber wenn ich als Objekt der Angst etwas benenne, was völlig unbestimmt ist, Sie müssen Angst vor dem Grödeldatsch haben. Dann sagen Sie, was weiß ich, was der Grödeldatsch ist. Ja, sage ich, das ist ja gerade, der Grödeldatsch ist überall, der kann Sie jederzeit irgendwo erwischen. Also die Unbestimmtheit des Satzes ist von Ihren Urhebern beabsichtigt, sagt Brzezinski. Die ständige Bezugsnahme auf einen Krieg gegen den Terror hat ein zentrales Ziel erreicht. Sie fördert die Entstehung einer Kultur der Angst. Angst verdunkelt die Vernunft, verstärkt Emotionen und erleichtert es Politikern, die Öffentlichkeit für genau die Politik zu mobilisieren, die sie betreiben wollen. Also hier haben wir von einem der brillantesten Realpolitiker, Realanalytiker, eine ganz trockene Bewertung, was da eigentlich passiert. Und das müssen wir uns klar machen. Wir müssen den Worten wieder nachgehen, mit denen man uns zu manipulieren sucht, um eine Möglichkeit zu haben, aus diesem Zirkel der Angsterzeugung herauszukommen. Noch einmal John Mierschheimer. Wenn Staaten in einer Weise handeln, die liberalen Normen oder dem Völkerrecht zuwiderläuft, erfinden ihre Regierung oft falsche Geschichten, die so konzipiert sind, dass sie diese Handlung maskieren. Das ist Standardkonzept des Politischen. Mierschheimer sieht das nicht als eine moralische Kategorie, zu sagen, Mensch, Mensch, wir müssen jetzt aber mit unseren Führern, warum lügen die denn? Wir müssen mit ihnen moralisch zu Gericht gehen. Das wäre eine völlig falsche Kategorie. In der Realpolitik ist das das Standardverfahren, zu lügen und falsche Narrative zu erzeugen, zeigt er an ganz vielen Beispielen, analysiert er das Standardverfahren, um die Bevölkerung zu lenken. Und darin gibt es eine lange Tradition, das geht zurück bis 1920, wo man die ersten Thinktanks sozusagen gegründet hat. Wie kann man eigentlich systematisch falsche Narrative stricken, um die Bevölkerung damit in die gewünschte Richtung zu lenken? Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel. Diese Richtung, so etwas zu machen, die nannte man schon früh Perception Management. Man will die Wahrnehmung, wie sie etwas wahrnehmen, die will man möglichst geschickt manipulieren. Da gibt es jede Menge, kann man in den originalen Handbüchern, beim Militär und sonst was nachlesen. Das sind Operationen, um die Emotionen, Motive, Ziele, das Denken und letztlich das Verhalten von Bevölkerung auch in fremden Ländern zu steuern. Auch da hat Sozialpsychologie und Psychologie eine solche Fülle von so raffinierten Techniken beigetragen, dass sie wirklich erschrocken wären, wenn man darüber mal einen detaillierten Überblick gibt, wie kann man so etwas machen. Ich will Ihnen nur ein paar konkrete Beispiele nennen. Hier noch nicht lange her aus dem Guardian. Die britische Armee hat eine spezielle Truppe, eine Spezialeinheit von Facebook-Kriegern organisiert, die in psychologische Operationen und der Nutzung sozialer Medien geschult sind, um konventionelle, unkonventionelle Kriege im Informationszeitalter zu betreiben. Sowohl die israelische als auch die US-Armee sind bereits massiv in psychologische Operationen involviert. Die Truppe wird versuchen, das Narrativ zu kontrollieren. Das wird ganz offen gesagt. Es geht um Manipulation des Narrativs für die Bevölkerung. Und vielleicht haben Sie es mitgekriegt, es war kürzlich, war ein Leak sozusagen in der Snowden-Tradition, wurde geleakt, eine Initiative, die von der englischen Regierung mit zwei Millionen Euro pro Jahr finanziert wird, wo sich militärische Personen aus dem Militärbereich, aus dem Geheimdienstbereich, Journalisten und auch Wissenschaftler organisiert haben, um eine antirussische Medienkampagne zu organisieren und um entsprechende NATO-Narrative in der Bevölkerung zu verbreiten. Auch da gibt es schon Vorbilder. Es gab in Lettland eine NATO-Einheit, die sich nur damit beschäftigt, wie kann man antirussische Narrative konstruieren und so weiter. Diese Integrative Initiative versucht nun tief in die Medienlandschaft, auch in Deutschland zu gehen und Zellen zu organisieren, die sich diesem Verbreiten falscher Narrative widmet. Daran sind Wissenschaftler, auch deutsche Journalisten, deutsche Wissenschaftler, auch an meiner Heimatuniversität, der Universität Kiel, beteiligt, die sich mit dieser Initiative angeschlossen haben. Das Skandalöse ist, dass dieses Leak eigentlich in den deutschen Leitmedien keine Resonanz hervorgerufen hat. Systematisch darüber berichtet haben nur die Nachdenkzeiten und Telepolis, die sehr ausführlich darüber informiert haben. Eine englische Zeitung oder mehrere englische, ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, die deswegen berichtet haben, weil sich ein Teil der Initiative auch gegen die innenpolitische Opposition gerichtet hat, nämlich gegen Corbyn. Und die haben eine Schmierkampagne gegen Corbyn organisiert. In Deutschland hat nur die FATS darüber berichtet. Es wurde aber auch nicht in den Medien weiter kommentiert. Digitale Manipulationen sind inzwischen auch staatlich organisiert. Wir sind immer noch eingeschworen darauf, dass Desinformation etwas ist, was man natürlich schon sprachlich nur auf Russisch betreiben kann. Wir können es gar nicht anders denken, als wenn wir auf das Wort Desinformation stoßen, wissen wir, wer das gemacht hat. Hier lesen Sie selbst in der FATS, das ist mittlerweile und nicht erst mittlerweile, ich könnte Ihnen die Geschichte dieser ganzen Dinge, das geht über viele Jahrzehnte zurück. Das heißt, der Westen hat eine große Erfahrung, Desinformationskampagnen und das Erzeugen falscher Narrative zu entwickeln. Falsche Narrative sind besonders wichtig im Kapitalismus, weil der Kapitalismus ein Spannungsverhältnis zur Demokratie hat. Kapitalismus und Demokratie stehen in einem Spannungsverhältnis. Und es droht immer, dass dieses Spannungsverhältnis zu offenkundig wird. Deswegen ist das Perception Management gerade wichtig in kapitalistischen Demokratien, damit nicht so richtig auffällt, dass sich da eigentlich etwas beißt. Was sich da beißt, will ich Ihnen nur am Beispiel eines Zitats von Chomsky geben. Der Begriff kapitalistische Demokratie ist gleichsam ein Widerspruch in sich. Wenn wir darunter ein System verstehen, in dem normale Leute ausreichende Mittel besitzen, an den Entscheidungen teilzunehmen, die ihr Leben und das Wohl ihrer Gemeinschaft betreffen. Das bedeutet ja eigentlich Demokratie. Wirkliche Demokratie kann nur durchgesetzt werden, wenn das gesamte radikal-antidemokratische System des Konzernkapitalismus vollständig abgeschafft ist. Das ist ein ziemlich harter Satz, über den man auch lange nachzudenken hat und auch sollte. Wenn das so ist, dann sollte sich das auch nicht nur als ein Satz eines berühmten Intellektuellen deutlich machen, das sollte auch empirisch nachsehen, sollte sich empirisch messen lassen. Und ich erinnere nur kurz, kennen Sie vielleicht schon die berühmte Untersuchung von Gillings und Page, die in den USA über einen Zeitraum von 25 Jahren eine Riesendatenbasis untersucht haben, welche Entscheidungen spielen eigentlich bei politischen Entscheidungen, welche Gewichte hat eigentlich der durchschnittliche Amerikaner bei politischen Entscheidungen. Man hat also erhoben, was ist die Präferenz in der Bevölkerung. Und man hat dann erhoben, welche Entscheidungen wurden politisch tatsächlich getroffen. Und Sie schließen daraus, dass der durchschnittliche Amerikaner einen fast Null-Einfluss auf politische Entscheidungen hat. Fast Null. Das ist die Untersuchung mit der größten, die sorgfältigste und mit der größten Datenbasis. Politische Entscheidungen, schreiben Sie, werden von mächtigen Wirtschaftsorganisationen einer kleinen Anzahl von wohlhabenden Amerikanern dominiert. Und Sie sagen, die USA sind tatsächlich eine Art Elitenwahl-Oligarchie. 70% der Bevölkerung, nämlich die unteren 70% der Einkommensskala, haben überhaupt kein Zero, überhaupt keinen Einfluss auf irgendwelche politische Entscheidungen. Damit muss man sagen, ist eigentlich, die Studie ist übrigens auch gerade als ausgearbeitetes Buch erschienen, damit ist eigentlich die Idee der kapitalistischen Demokratie erledigt, empirisch erledigt. Es geht nicht. Das hat auch einen ganz einfachen Grund, dass Kapitalismus und Demokratie unverträglich sind. Kapitalismus bedeutet ja Unterwerfung unter die Machtverhältnisse, die eine Minderheit von Besitzenden über eine Mehrheit von Nichtbesitzenden ausübt. Der Kapitalismus produziert zwangsläufig, auch darüber gibt es viele Studien, die das systematisch untersucht haben, dass Angst im Kapitalismus sozusagen systembedingt produziert werden muss, produziert wird. Denn bei dem Kapitalismus ist keine selbstbestimmte Arbeit, sondern der Kapitalismus führt Arbeit in Lohnarbeit über, also Dienst, Lohnarbeit heißt, ich leiste Dienst am Fremden-Eigentum. Das bedeutet Unterwerfung unter die Verwertungsbedingungen des Akkumulationsprozesses. Ich bin existenziell, existenziell abhängig vom Verkauf der eigenen Arbeitskraft. Diese Art von existenzieller Abhängigkeit, die ich nicht beeinflussen kann, produziert natürlich zwangsläufig Angst. Angst und Kapitalismus hängen ganz eng zusammen. Jetzt gibt es eine interessante, werden Sie vielleicht sagen, eine Ausnahme. Es gibt doch heute im Rückblick, sehen manche das als die goldene Zeit an, die Nachkriegszeit, wo Kapitalismus und Demokratie irgendwie zum wechselseitigen Nutzen, man nannte das auch, manche nennen das eine Zwangsheirat, die beiden sind eine Zwangsheirat eingegangen in der Nachkriegszeit von bis 1970 etwa. Das war deswegen möglich, weil die Realwirtschaft, ich mache es ganz schnell, weil die Realwirtschaft gewachsen ist, die Löhne stiegen immer, die Leute hatten das Gefühl, es geht uns besser und meine Kinder werden es noch wieder besser haben, als ich es hatte. Diese Sicherheit, dass die Löhne immer steigen, die Wirtschaft gewachsen ist, durch Produktionszuwachs und so weiter, führte dazu, dass die Marktkräfte in die Gesellschaft eingebettet waren, sie waren integriert, sie waren akzeptiert und sie waren auch in ihrer Reichweite. Wirtschaft war auf Wirtschaft beschränkt und der Rest der Gesellschaft war davon nur peripher tangiert. Und es gab zu dieser Zeit immer eine institutionalisierte Umverteilung von oben nach unten, weil der Kapitalismus automatisch, immer, durch seinen Akkumulationsprozess, immer eine Umverteilung von unten nach oben ist. Also wusste man damals, wir müssen eine institutionalisierte Umverteilung, die dem entgegenwirkt, von oben nach unten haben, zum Beispiel die Steuerpolitik. Das war insofern eine goldene Zeit, weil Demokratie und Kapitalismus jetzt harmonisch sozusagen zusammenspielten. Demokratie wurde sogar zu einem Motor wirtschaftlichen Aufschwungs. Ende. 70 war damit Schluss. Von diesen Zeiten lohnt sich auch nicht mehr zu träumen, weil die Voraussetzung dieses Klassenkompromisses, wie man ihn nannte, die sind verschwunden. Die Realwirtschaft ist ausgelutscht. Diese Produktivitätszuwächse sind aus der Realwirtschaft nicht mehr zu erzielen, die das Kapital gerne als Rendite hätte. Dann kamen die beiden Ölkrisen. Das Bretton Woods System brach zusammen. Eine Rezession. Der Kapitalismus kam in eine Krise. Die Zwangsheirat von Demokratie und Kapitalismus war zu Ende. Und jetzt kommt die neoliberale Ideologie auf den Plan. Die gab es immer schon seit 1920. Die gab es in den Hinterzimmern von Thinktanks. Die hat keiner ernst genommen, weil die so absurd ist, dass sie keiner geglaubt hat. Die war damals absurd. Die ist heute absurd. Die war aber schon entwickelt worden. Und jetzt kam die neoliberale Ideologie, die dem globalisierten Kapital, was sich von der Realwirtschaft gelöst hat, einen ideologischen Rahmen gegeben hat. Und damit waren auch die angstreduzierenden Mechanismen, die bei der Zeit der Zwangsheirat von Demokratie und Kapitalismus vorherrachten, die waren erledigt. Jetzt haben wir die neoliberale Ideologie. Der Neoliberalismus, und deswegen kommen wir jetzt auf den zweiten Teil des Titels, ist ganz wesentlich, weil der Neoliberalismus ganz explizit dazu dient, Angst zu erzeugen. Jetzt wird die Herrschaftstechnik der Angsterzeugung im Neoliberalismus wieder ganz zentral. Durch Förderung gesellschaftlicher Unsicherheit und Undurchschaubarkeit. Das Hauptkonzept des Neoliberalismus ist der freie Markt. Der Neoliberalismus sagt, der Einzige, der Rationalität verkörpert. Keiner von uns kann die gesellschaftliche Komplexität mehr durchschauen. Keiner, auch kein Experte. Es gibt aber eine Instanz, die verkörpert die Rationalität. Das ist der freie Markt. Der integriert alle Kräfte so, dass er immer die rationale Lösung findet. Der Neoliberalismus geht also grundsätzlich mit der ideologischen These einher. Die gesellschaftliche Welt ist undurchschaubar, für alle von uns. Undurchschaubarkeit macht Angst. Die gesellschaftliche Welt ist nicht nur undurchschaubar, sie ist auch nicht kontrollierbar. Das heißt, der freie Markt ist etwas, was weder kontrolliert werden kann, was nicht rechenschaftspflichtig ist. Das heißt, in dieser, wie kann man das sagen, in dieser neoliberalen Markttheologie des freien Marktes, wird der freie Markt dadurch, dass er nicht durchschaubar ist, nicht kontrollierbar ist und damit Demokratie auch sinnlos ist, weil eine Steuerung gar nicht gehen kann. Denn etwas, was ich nicht durchschaue und was nicht kontrollierbar ist, kann man auch nicht demokratisch steuern. Der Neoliberalismus ist ganz explizit antidemokratisch. Das heißt, in dieser neoliberalen Markttheologie ist der freie Markt etwas, was nicht durchschaubar ist, was nicht kontrollierbar ist und was auch nicht rechenschaftspflichtig ist. Im Neoliberalismus wird der freie Markt zu einer Art göttlicher Instanz. Das muss Angst erzeugen, weil wir bewusst sozusagen in das Gefühl einer gesellschaftlichen Ohnmacht durch diese neoliberale Ideologie reingedrängt werden. Hinzu kommt noch das Leitbild des flexiblen Menschen. Man ist eigentlich nur noch nackte Flexibilität. Ich darf kein Ich mehr sein, sondern ich muss also nur noch maximal mich an die Naturgesetze, heißt es in dieser Theologie des freien Marktes, anpassen. Das heißt, im Neoliberalismus haben wir eine systematische Erzeugung von Angst, ökonomisch, Sorgen um den Arbeitsplatz. Das haben ja auch viele Ökonomen gesagt. Das wichtigste Herrschaftsinstrument ist, dass die Bevölkerung permanente Angst um den Arbeitsplatz hat. Das wurde offen von sozusagen Realpolitikern gesagt. Wer permanent in Angst lebt, dass er nicht weiß, selbst wenn er noch einen Job hat. Heute sagt man ja, es gibt ganz viele Leute, die haben sogar noch Dauerbeschäftigung. Trotzdem ist die Angst gestiegen. Sie wissen nicht, ob das nicht ausgelagert wird in der Auffanggesellschaft oder sonst etwas. Die Angst um den Arbeitsplatz ist die halbe Miete der Herrschaftssicherung. Sozial die Atomisierung, psychisch eine Fragmentierung, Orientierungslosigkeit. Das führt dann wieder zu politischer Lethargie. Zugleich zerstört der Neoliberalismus alle Instanzen, die die Bindung zwischen Individuum und Gesellschaft herstellen und die eigentlich dazu dienen sollten, Ängste zu beseitigen. Nehmen wir nur ein Beispiel. Er zerstört die Funktion von Parteien. Die Veränderungsbedürfnisse der Basis nach oben weiterzureichen und politisch wirksam werden zu lassen. Die Basis ist heute in Parteien einfach irrelevant. So, das Menschenbild. Auch da gibt es große Literatur zu das sogenannte Neoliberale Selbst. Das Menschenbild des Neoliberalismus ist, wir alle sind kleine Ich-AGs und unsere einzige Aufgabe ist, unsere Fremdverwertbarkeit für den Markt zu optimieren. Gehe ich jetzt drüber weg. Wir sind nichts anderes als fragmentierte Kompetenzbündel. Achten Sie bitte immer auf Sprache. Wir wollen ja Denkmethodologie machen. Das Wort Kompetenz ist ein durch und durch Neoliberales. Das kam erst, gab es natürlich schon, aber in dieser Funktionsweise kam es mit dem Neoliberalismus auf. Wir müssen unsere Kompetenzen, es gibt kein Ich mehr, es gibt auch keine inneren Kräfte mehr. Wir sind nur Kompetenzbündel und man muss schon beim Säugling und beim Schulkind, muss man die Kompetenzen fördern, nicht die Person. Die Person gibt es gar nicht mehr, ein Integrales Selbst. Das wurde auch in der neoliberalen Ideologie gezielt angegangen, dass man sagte, der Kern des Ichs muss sozusagen aufgelöst werden, weil der Kern des Ichs könnte ja ein Widerstandsnest sein. Aber wenn der Einzelne nur noch ein Kompetenzbündel ist, dann soll er mal gucken, wie er die am Markt unterbringt. Damit geht es, mit dieser Entwicklung geht etwas einher, was schon immer wieder seit 50 Jahren in der Literatur beschrieben wird. Die repräsentative Demokratie ist schon in ihrer Anlage, eigentlich war sie immer autoritär, sie war auch ein Widerspruch in sich. Und sie entwickelt sich jetzt durch die Krisen des Kapitalismus, wird ihr autoritärer Charakter tritt zutage in der neoliberalen Demokratie. Politik ist dann nur noch die rationale Anpassung an die Naturnotwendigkeiten der Märkte und der Sachzwänge. Wenn Sie das Wort Sachzwang hören, muss es auch gleich wieder Klick machen. Es gibt keine Sachzwänge, es gibt Systemzwänge. Sachzwänge klingt so unausweichlich wie in der Physik. Es gibt Systemzwänge, dass man sagt, in diesem System, das kann nur funktionieren, wenn wir das und das machen. Das heißt, wir haben jetzt einen Übergang, der wird auch irgendwie in der Presse diskutiert, aber unter Narrativen, die, sagen wir mal vorsichtig, die schräg sind. Man sagt, es entwickeln sich überall autoritäre Strukturen, auch in Europa. In Spanien massiv. Man spricht lieber über Ungarn und nicht über Spanien. In Spanien massiv. In der alten Form der Demokratie bis in die 70er Jahre hat man explizit gesagt, die Herrschaftstechnik ist Erzeugen von Apathie. Demokratie kann nur funktionieren, wenn die Bürger hinreichend apathisch sind. Heute sagt man in der autoritären Form, diese Dinge können nur funktionieren, wenn wir ein hinreichendes Maß an Unsicherheit und Angst erzeugen. Das Interessante ist wieder, dass diese Transformation, die wurde in den 70er Jahren schon, es gab einen berühmten Politologen, Johannes Agnoli, der hat das Buch Die Transformation der Demokraties von 1970, der genau das behandelt. Das Thema ist so alt wie irgendetwas. Es ist im öffentlichen Debattenraum nicht präsent, dass unsere Demokratie oder die unserer Herrschaftsform zunehmend auf eine hochautoritäre Form rausläuft. Ich will Ihnen ein Beispiel geben von jemandem, der revolutionärer Umtriebe völlig unverdächtig ist, Ralf Dahrendorf, FDP. Er schreibt, 2002, der neue Autoritarismus ist für die Bevölkerung kaum noch zu bemerken. Sie kriegen es gar nicht mit. Worin liegt er? Die Exekutive entzieht sich dem Volk und seinen gewählten Vertretern. Das ist das Hauptkennzeichen und das wichtigste auch und auch der wichtigste Indikator für einen Übergang zu einem autoritären System, wenn sich die Exekutive von einer demokratischen Konsensbeschaffung freimacht. Mittlerweile ist weitgehend Konsens unter Politologen. Die Exekutive hat sich von der demokratischen Konsensbeschaffung fast vollständig freigemacht. Der Autoritarismus beruht gerade auf dem freiwilligen Verzicht auf Prozess und auf der Apathie der Nichtbeteiligung, Schwäche von Institutionen usw. Das heißt, diese Dinge werden eigentlich seit 30 Jahren diskutiert, sind aber im öffentlichen Debattenraum einfach nicht präsent. Es gibt keine öffentliche Diskussion darüber. Dass die Exekutive sozusagen die Legislative entmachtet hat und sich selbst ermächtigt hat, diesen Prozess der Selbstermächtigung der Exekutive kann nur funktionieren durch massive Erzeugung von Angst. Wir würden, das Volk würde sich ja nicht selbst entmächtigen und sagen, ich gebe alle Rechte an die eigentlich ausführenden Instanzen ab, wenn es nicht vorher durch Angst zu einer solchen Selbstermächtigung getrieben wird. Man muss Angst erzeugen, dann kann man auch Bürgerrechte, Freiheitsrechte, alles Mögliche einschränken. Beispiele kennen Sie auch aus der jüngeren Zeit. Der Staatstrojaner kriegt die Bevölkerung gar nicht mit. Eines, schreibt die Süddeutsche Zeitung, eines der weitreichendsten Überwachungsgesetze in der Geschichte der Bundesrepublik. Wie detailliert haben Sie sich mit einer der wichtigsten Sachen in der Geschichte der Bundesrepublik beschäftigt? Ach so, sagen Sie, das gab es ja auch noch. Widerstand ist null. Teilweise die Linke, die knickt jetzt aber auch ein. Die Linke versucht ja den Weg der Grünen, den die schnell beschritten haben mit dem Jugoslawienkrieg, ein bisschen nachzuholen. Die Brandenburgische Linke hat jetzt auch zugestimmt diesem Überwachungsgesetz. Bayern führt die Unendlichkeitshaft ein. Bürgerrechte werden massiv eingeschränkt. Es kann jetzt jemand auf Verdacht, also jemand, der nichts Kriminelles gemacht hat, der hat irgendwie nur mal was gedacht oder ich habe keine Ahnung. Der hatte einen gefährlichen Gedanken. Bayern führt eine Kategorie ein, den Gefährder. Und wenn die Polizei, nicht die Gerichte, wenn die Polizei jemand als Gefährder ansehen, können sie ihn im Prinzip ein Leben lang ohne irgendeinen Gerichtsbeschluss festhalten. Baden-Württemberg ist dem gefolgt. Viele andere Bundesländer sind auf dem Weg dahin. Hier ist eine Entwicklung, die ist so massiv autoritär und die lebt natürlich davon, zuvor in der Bevölkerung Ängste zu erzeugen. Und ich möchte Sie auf einen Aspekt hinweisen, der für Sie wahrscheinlich überhaupt noch nicht sichtbar war, dass eigentlich unser gesamtes Rechtssystem wieder auf dem Rückweg in die Feudalisierung ist. Das ist der Ausdruck von Ingeborg Maus, der wohl bedeutendsten Demokratietheoretikerin und Rechtstheoretikerin der Gegenwart. Was bedeutet das? Wir haben eine Menge von Begriffen, die uns wieder in den dauerhaften Ausnahmezustand führen. Das heißt, die Exekutive ist vollständig, hat sich befreit von jeder Art demokratischer Kontrolle. Wie macht sie das? Wir haben eine Menge von Gesetzen, die darauf beruhen, dass unbestimmte Rechtsbegriffe eingeführt werden. Unbestimmte Rechtsbegriffe sind die, die, sagen wir mal, lax, juristisch labberig sind, die eigentlich nichts bedeuten. Was ist ein Gefährder? Die Polizei kann festlegen, was ein Gefährder ist. Und die Exekutive kann situativ bestimmen oder aushandeln, zum Teil sogar mit den Betroffenen aushandeln, spielt in der Industrie eine ganz wichtige Rolle bei den internationalen Handelsgesetzen, wo Ingeborg Maus macht, die sagt, die internationalen Handelsgesetze entspringen den Selbstgesprächen der Beteiligten. Die Konzerne reden mit sich selbst und machen die Gesetze. Das heißt, wenn wir die Gesetze so durchlöchern, dass positives Recht gar nicht mehr demokratisch gesetzt werden kann, weil das Gesetz eine Art schwabbelige Gesetzesattrappe ist, die situativ in der Situation ausgehandelt wird. Das Recht wird dann gefunden, zusammen mit den Beteiligten. Man macht Rechtsfindung mit Bayer-Leverkusen über Umweltgesetze, weil man reinschreibt, das Gesetz findet nach den Möglichkeiten der gegenwärtigen Technik. Die ganzen Umweltgesetze sind so formuliert, dass eigentlich der durch das Gesetz reguliert werden sollende bestimmt, was er damit meint. Das meint sie mit Refeudalisierung. Das Recht ist heute schon durch die Bank weitgehend refeudalisiert. Das bedeutet eine Reprivatisierung des Rechtes, sodass der ökonomisch Stärkere andere Möglichkeiten des Aushandelns hat, was Recht bedeuten soll, als der ökonomisch Schwächere. Das ist ein massives, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo lohnt es sich, denen in Zukunft immer mal einen Blick drauf zu haben, was es bedeutet mit unbestimmten, sie nennt das auch eine Entformalisierung des positiven Rechts, wie man mit unbestimmten Rechtsbegriffen Politik machen kann. Und vielleicht haben Sie mitgekriegt, anlässlich jetzt der damaligen G20-Krawalle in Hamburg und Demonstrationen, wie weit das mittlerweile geht, dass Hamburger Gerichte entscheiden, dass die bloße Anwesenheit an einer Demonstration und sogar dann, wenn Sie, bevor irgendjemand eine Flasche wirft, die Demonstration verlassen haben, haben Sie mit der Anwesenheit an einer Demonstration Ihren gemeinsamen Tatentschluss bekundet. Also indem Sie mit einer Gruppe assoziiert sind, die dann irgendetwas macht, sind Sie mit schuldig geworden. Das bedeutet, dass man wahrscheinlich, wenn man dieses Prinzip auf die Wirtschaft bei Korruption anwenden würde, die gesamten Vorstandsetagen in eine... Da sehen Sie auch wieder den Mechanismus der Angsterzeugung. Wenn diese Rechtsprechung durchgeht, heißt das, dass jeder sich bei der nächsten Demo überlegen wird, ob er teilnimmt. Denn es reicht ja schon, wenn ein Verfassungsschutzmitarbeiter eine Flasche wirft, sind Sie mit dran, weil Sie diesen als gemeinsamen Tatentschluss durch Ihre Teilnahme das bekundet haben. Sie werden die nächste Demo lieber am Fernsehen verfolgen. Ferner, auch das haben Sie wahrscheinlich nicht mitgekriegt, es wird systematisch wieder von Top-Juristen ein Feindstrafrecht entwickelt. Wer keine hinreichende kognitive Sicherheit personalen Verhaltens leistet, kann nicht mehr erwarten als Person behandelt zu werden, sondern der Staat darf ihn auch nicht mehr als Person behandeln. Sie muss ihn als Feind bekriegen. Jemand, der nicht kognitive Sicherheit bietet, für was auch immer, ich weiß gar nicht, was das wieder ist, wir haben wieder die Gesetzesertrappen. Die Exekutive kann entscheiden, wer nicht kognitive Sicherheit bietet und für den entfallen alle Bürgerrechte, für den entfallen alle Bürgerrechte, die es gibt. Jakob ist einer der renommiertesten, ist einer der renommiertesten Strafrechtler der Republik und es gibt ganz viele, Deppenhauer, ganz viele andere, Wolfgang Schäuble, macht er ganz massiv, bezieht sich ganz massiv auf dieses Feindstrafrecht. Leute, die nicht mehr kognitive Sicherheit bieten, dass sie, früher nannte man das die FDGU, stehen, die verlieren alle Bürgerrechte. Was bedeutet diese kognitive Sicherheit? Sehr gut. Ich weiß es nicht. Das entscheidet situativ die Exekutive, was das bedeutet, wenn sie abends heimlich, ich weiß nicht, was an Literatur, was sie an übler Literatur lesen, aber wenn sie abends heimlich das und das lesen, bieten sie ja nicht mehr die kognitive Sicherheit, im Zweifel wirklich im Kampf gegen X teilzunehmen. Ich weiß es nicht, es weiß auch keiner, es sehen auch, die Juristen sehen selbst, dass sie sagen, das ist doch ein Einfallstor für eine Diktatur und trotzdem sagen sie, wir brauchen ein Feindstrafrecht, denn wir können demjenigen, der unsere freiheitliche Demokratie nicht voll akzeptiert, mit Freiheiten. Keine Freiheit für den, der von Freiheit Gebrauch macht. Jetzt sind wir also in der Schleife, was machen wir damit? Gesellschaftliche Ängste heißt, Demokratie ist die Grundlage entzogen. Nur eine radikale Demokratisierung kann uns von den Ängsten befreien. Wir sind jetzt in einer Schleife, wo fangen wir an? Was brauchen wir? Darauf will ich zum Schluss noch einen Blick werfen? Denn das demokratische Versprechen, Freiheit von gesellschaftlicher Angst, kann nur eingelöst werden in einer Demokratie. Eine kapitalistische Demokratie kann es nicht geben. Wir sind mittlerweile durch den Neoliberalismus ganz massiv wieder in Richtung eines autoritären Staates. Wolfgang Schäuble hat das ja auch in dankenswerter Offenheit gesagt, Wahlen dürfen an wirtschaftlichen Programmen nichts ändern. Was bedeutet Demokratisierung der Demokratie? Die Wirtschaft muss in die Gesellschaft eingebettet sein und nicht die Gesellschaft in die Wirtschaft. Heute sind alle Bereiche der Gesellschaft von Altenheimen, Kindergärten, Bildungseinrichtungen, Bildungswesen, Gesundheitswesen usw. sind ökonomischen Kriterien unterworfen. Die gesamte Gesellschaft ist ökonomistisch dominiert. Diese neoliberale Landnahme muss rückgängig gemacht werden. Die strikte Gewaltenteilung, die das Kennzeichen von Demokratie ist, muss wiederhergestellt werden. Die Exekutive ist eine Servicefunktion des Parlaments. Das ist eine Serviceabteilung der Legislative. Die sollen etwas ausführen, was demokratisch gesetztes Recht vorgegeben hat. Die Exekutive hat sich vollständig gegen die Bevölkerung, gegen das Recht und gegen die Legislative verselbstständigt. Schließlich kann Demokratie nur funktionieren, haben wir beim letzten Mal gehabt, wenn Medien demokratisiert sind, wenn der öffentliche Debattenraum gleichermaßen allen in freier und unverzerrter Weise zur Verfügung steht. Sonst kann Demokratie nicht funktionieren. Der Trick kann also nicht sein, lassen wir direkte Demokratie haben, aber wir lassen bei den Medien alles so, wie es ist. Kann nicht funktionieren. Also, wir brauchen ein Ziel, Demokratie, sonst wird das nichts mit der gesellschaftlichen Angstfreiheit. Wir müssen genau wissen, wo wir stehen. Und da haben viele falsche Vorstellungen und machen sich nicht klar, wie tief dieser Prozess autoritärer Strukturen mittlerweile in der Gesellschaft längst angekommen ist. Man kann nicht gegen etwas kämpfen, wenn man nicht versteht, wie Machtstrukturen im Neoliberalismus organisiert sind. Wie muss man das machen? Das Unbehagen in der Gesellschaft ist gigantisch. Das Unbehagen ist gigantisch und es erzeugt, es entlädt sich auf alle möglichen Weisen. Es entsteht eine Veränderungsenergie überall in Europa, eine große Veränderungsenergie in der Bevölkerung. Aus der muss jetzt etwas gemacht werden. Das erfordert natürlich Mut und Entschlossenheit. Ich kann die Veränderungsenergie nicht dadurch bewältigen, dass ich die Faust in der Tasche balle. Jetzt werden Sie natürlich zu Recht sagen, das kann ja auch in die Hose gehen mit dem Mut und der Entschlossenheit. In der Tat, was wir brauchen, und der Rechtspopulismus ist ja nicht per Zufall entstanden, der wurde geschürt, damit man ihn dann wieder als Angstgegner politisch nutzen kann. Der Rechtspopulismus hat auch eine, die Entstehung und Umgang mit Rechtspopulismus hat eine infame Machtlogik, wie man die Dinge erzeugt und dann gleich wieder nutzbar macht. Wenn wir diese Veränderungsenergie nutzen wollen, dann müssen wir natürlich auch entsprechende Deutungsrahmen anbieten, denn eine Veränderungsenergie ist erstmal nur eine Energie. Da entlädt sich etwas, da drängt etwas zum Entladen. Sie muss aber in die Person integriert werden, indem man einen Deutungsrahmen anbietet, was passiert da eigentlich gerade und was kann man machen. Nun muss man sagen, die Rechte hat im Moment die erfolgreicheren Deutungsrahmen, die sie anbietet, Sie sehen es beispielsweise bei den Gelb, Besten in Frankreich, die erstmal sozusagen eine relativ neutrale Veränderungsenergie, die waren weder links noch rechts, eine relativ neutrale Veränderungsenergie haben. Jetzt geht es darum, wer bietet jetzt eigentlich der Bevölkerung einen Deutungsrahmen an, der eine Faszination entwickelt, eine Glaubwürdigkeit hat, eine Faszination entwickelt. Und da versagt die Linke massiv. Die Rechte hat Deutungsrahmen, die eine vordergründige Plausibilität haben. Rassismus lässt sich auch viel schneller aktivieren. Das heißt, die Aufgabe ist es überhaupt erst wieder, und das ist die Hauptaufgabe, attraktive Deutungsrahmen anzubieten für die politischen Veränderungen, die nötig sind. Und erst wenn wir das erreichen, dann haben wir vielleicht eine Aussicht, das demokratische Versprechen einzulösen, nämlich eine Gesellschaft aufzubauen, die allen eine größtmögliche Freiheit von Angst bietet und damit auch die Möglichkeit, das kreative soziale Potenzial im Menschen, was sich nur entfalten kann. Unter Angst kann sich nichts entfalten. Was sich nur entfalten kann, wenn ich eine Gesellschaft habe, die weitgehend von gesellschaftlicher Angst frei ist. Ich danke Ihnen.